Yo, herzlich willkommen zurück zu R.M.R.S.P. meine Lieben. Oh, guck mal. Klicke auf das VIP-Sparschwein, um deinen Bonus einzusammeln. Bratz, brr, brr, jawoll. Money ohne Ende, yeah, yeah, yolo, yolo. Das Star-VIP-Paket, was kriegst du da für 70 Euro, Alter? Nein, danke. Und tschüss. So, ja, Leute. Ich bin VIP. Und dafür krieg ich hier Zeug. Oh nein, ich krieg ja kein Zeug. Wieso krieg ich kein Zeug? Wieso darf ich nochmal? Oh, ich darf das Rad auch noch drehen. Oh mein Gott, was ich alles darf, wenn ich VIP bin. Das ist ja wohl der Oberhammer. Wow. Darf ich nochmal drehen? Oh, ich darf nochmal drehen. Wie oft darf ich denn das Rad drehen? Das ist ja Wahnsinn. Kostet mich das irgendwas? Oh, wow, so viele Coins. So viele Coins. Coins, Coins. Wie oft darf ich denn das Rad drehen? Wie oft darf ich denn das drehen? Wie oft drehe ich jetzt hier an dem Rad? Darf ich jetzt unendlich lang drehen? Nee, oder? Ah, das sind die Aufladungen, oder was? Wow. Leute, das ist ja der Hammer. Wow. Nee, komm, noch einmal brauche ich nicht. Jetzt habe ich schon genug gedreht, oder? Mann. Leute, Hammer. Ich habe jetzt wirklich lange keine MSP-Folge mehr aufgenommen. Ich hoffe, ihr freut euch einigermaßen. Und ich habe Aktivitäten, Freundschaftsansfragen und Nachrichten ohne Ende. Guckt euch mal das hier an. Guckt euch mal das hier an. Guckt euch mal das hier an. Bratz, brr. Zehntausend Seiten von den Nachrichten von euch. Das heißt, da können wir jetzt ja drei Folgen füllen hier. Schau mal, seht ihr euch irgendwo eure Namen? Na, seht ihr da? Habt ihr eure Namen irgendwo gesehen? Ja, dann müssen wir auch nochmal gleich die ganzen, die ganzen Dinger vorlesen. Hier, komm, wir können mal anfangen. Teddy schreibt, ey, sexy, sexy. Peck, ich mag deine Videos und deine Outfits. Das ist auch mega sexy. Ja, das stimmt. Dankeschön. Daniela-Fan. Daniela-Fan. Daniel. Kannst du meine FA nehmen? Warum zinsiert es das? Peggy. Raute, 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 FA. Habt ihr ein Geschenk gemacht? Ja. Ich nehme sie natürlich an. OMG. Peggy. Ich kann dir leider keine Freundschaftsanfrage sein. Hab zu viele Freunde, aber deine Videos sind echt der Hammer. Ich liebe dich, bis der Allerbeste. Dankeschön, Wicked. Boah, krass. So viel Post. Hey, ich wollte dich fragen, ob du meine FA nehmen kannst. Skylar, natürlich nehme ich deine FA. Hey, Peggy, guck dir Videos sehr, sehr gerne. Dankeschön, Sira. Sie hat mir ein Autogramm gegeben. Komm, Nicole. Cherkin. Peggy, mach doch mal Filme in MSP. Ja, mach ich. Mach ich, mach ich, mach ich. Kennst du Asul HD? Nein. Wenn du Jubem befreundet bist. Was? Was? Sag nur Bescheid. Jubem ist meine Cousine. Ja, das weiß ich leider nicht, ob ich Jubem befreundet bin. Da musst du es aber gleich mal nachschauen, Nicole. Da müssen wir gleich mal gucken. Hey, ich feiere deinen YouTube-Spiel. Nimmst du meine FA an? Natürlich nehme ich deine FA an. Piers, hey, nimm bitte meine FA an. Piers, ich liebe deine Videos. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weiter folgt mit YouTube. Du bist der Beste. Ich liebe deine Videos. Leider muss ich rausfinden, wie mein Autogramm ergibt. Sobald ich rausführe, hau ich dir ein paar raus. Dankeschön. An, ach, an ist das. Könnte man natürlich auch in meinen Kommentaren sehr, sehr häufig da am Schreiben. Hi nochmal an der Stelle. Piers, echt cool. Hey, Peggy, ich soll dir dich zu duzen. Soll ich dich duzen? Siezen? Duzen bitte. Nie siezen. Ich feiere deine Videos so. Oh, Mann. Ah, Pärchen, bleib so wie du bist. Ähm, also jetzt hat sich das immer mit sie noch geschrieben. Wenn du irgendwelche Fragen hast, haben bist sie so du mir an der richtigen Stelle. Ich würde mich sehr freuen, über ein AG freuen. Liebe Grüße, Skipper. Piers, echt cooler Look. Ja, ne? Finde ich auch. Absolut. Guck mal, sie kriegt ein AG von mir. Wow, ne? Wow, ich bin so, ich bin so großzügig heute. Leute, das ist VIP-Status. We-IP-Status. Ich hau die AGs raus wie sonst niemand, okay? Hey, Peggy, ich liebe die Videos. Könntest du sie, ich könnte sie die ganze Zeit tucken. Hast du Austüche? Nein. Wenn ja, welche? Nein. Wir haben ganz viele. Hunde, Katzen, Igel. Wegen Winter. Achso. Ich habe beim Pferd ein Streifenhörnchen. Mann, geil. Streifenhörnchen. Alexosaluin. Alexaluin. Achso, Alexaluin. Alexaluin, Streifenhörnchen. Geil ist das, ey. Guck mal, der Kev-Kev. Hey. Ich habe ja gesagt, ich habe langweilig. 100 Freunde aussortiert. Bla, 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 bla. Peggy, nehm an. Ja, ich nehme die Anfragen an. Ich mache das gleich. Miesviola schreibt, hey, Peggy, ich liebe deine YouTube-Videos. Hör dir mit YouTube auf. Nein, das mache ich nicht. So, guck mal. Wir gucken mal meine Freunde durch. Julian möchte dein Freund sein. Klar, Julian. Rein und mit. Schokoladerin. Ja, natürlich. VIP möchte dein Freund sein. Ja, okay. VIP dürfen immer meine Freunde sein. VIPs sind VIPs, ja. Svenja müsste mein Freund sein. Klar. Hi, Svenja. Mimea. Na, her damit. Dexter Charming. Immer ran. Guck mal, es sind gar nicht mehr so viele Anfragen. TBC Army. Attilomax. Immer her damit. Pokémon Esmeralde-Freund. Er, Emerald Fusion. Kyra Boom. Und I Love Myself. Ja, der liebt sich selbst. Das denke ich auch. Und Lisiara MSP. Guck mal. So viele Freundschaftsanfragen waren es gar nicht. Schau mal, ihr könnt mir wieder welche schicken, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, ja. Viele habe ich jetzt nicht gesehen. Also es waren nicht wirklich viele Anfragen, ne? Krass, oder? Oh, ein Geschenk. So lässt man sich leicht ablenken. Wir wollten ja mal. Genau, Aktivität muss ich nochmal reingucken. Ist da was passiert? Ah, ich habe Aufgaben. Uh. Bringen neue coolen Künstler hervor und stellen ein cooles Design. Nein. Ja, das machen wir gleich mal. Ich wollte nämlich hier noch. Was ist denn da? Wow. Guck mal. Wow. Ich habe 385 Autogramme. Leute, ihr seid so derbstgeilsten einfach nur. Das ist ja wohl der Hammer. Da komme ich mir gar nicht drauf klar. Leute, ihr seid echt Wahnsinn. Sechsten ist die Laufs für meine mega geilen Luchse halt. Ich meine, meine Luchse sind natürlich auch der Oberwahnsinn. Das kann ich schon verstehen. Filme, in denen du mitspielst? Was? Ich spiele in Filmen mit? Moment. Ich spiele in Filmen mit? Guck mal, da bin ich. Was mache ich denn da? Ich muss ins Klo. Wir fressen dich, Peggy. Oh, da wurde ich... Was? Nun muss ich auch. Wow. 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 Das kriegt von mir zwei... Okay, kriegt schon drei Sternchen. War schon sehr premium, der Film. War schon sehr geil. Ein hammermäßiger Film. Okay, das werden wir auch gleich mal machen, so ein Film. Erstelle und bewerte. Ah ja, da habe ich hier auch 11 erhalten. Mega krass. Das ist 82 Loves für meine Statusaktualisierung. Dabei aktualisier ich doch überhaupt nichts, Mann. Leute, ihr seid einfach zu geil. 17 Loves für meinen Raum. Und ein Look wurde einmal gekauft. Wer hat meinen Look gekauft? Wer war das? Kann ich das sehen, wer meinen Look gekauft hat? Siki, hat sie... Hat Nicole, Cherkin, hast du meinen Look gekauft? Nicole? Nicole ist ja wohl der absolute Hammer. Nicole, das love ich. Kann ich dir irgendwie sagen, dass ich das love? Ich gebe mir mein Autogramm. Aber ich kann das nicht sagen, dass ich diese Aktion hier irgendwie love, oder? Kommentar schreiben. Wow. Wow. Danke, Nicole. So. Okay. Da kann ich doch sehen, wer es gekauft hat, oder? Ich glaube, das war Nicole, ne? Ja, das war Nicole. Nicole! Du bist der Hammer, ja? Du bist die geilste, Nicole. Ja? Weil du mein geiles Outfit, guck mal, mein geiles Unterwasser-Outfit, der Strandlook. Das ist doch wohl der Oberhammer, ja? Mann, Nicole, ey, super. Bratz. Boah, da geht die XP-Leiste voll. Boah. Schon fast ein Level gemacht. Alter. Ist ja unnormal, was hier abgeht in diesem Movie Star Planet, ne? Pack ich ja gar nicht. Okay. Warte mal, ich muss mal gerade irgendwie was ändern. So, es ist ja absolut der Hammer, was hier abgeht. Was kann ich jetzt hier bringen? Ne, guck mal, ich muss mal hier Filme machen. Zeit für Filme. Seht ihr Arbeiten der anderen Movie Stars an? Okay, alles klar, das machen wir jetzt. Geh zum Movie Town, bewerte Filme. Ja, okay. Filme. 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 Hier macht immer der X-Nerd. Der macht immer Filme. Hier und die Tiana. Highschool Musical. Nein, guck mal, wir suchen mal nach was Coolem. Meine Freunde und ich. Ja, guck mal, was meine Freunde so gemacht haben. Der macht immer nur der X-Nerd-Filme. Was ist denn los mit dem? X-Nerd nichts zu tun, oder was? Franz, ich liebe dich. Okay, virtuell ist Franz. Ähm. Der Schönheitswettbewehrt. Kf79. Das, das will ich jetzt sehen. Was Kf79 ist. Leiser präsentiert. Okay, what's happening? Okay, ja. Ja, sie, ist es ein... Okay, mit Musik. Das für mich. Krass. Okay. Wollen wir uns mal einen X-Nerd-Film angucken. Aber der hat schon genug Aufmerksamkeit. So. Wir wollen mir hier den, 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 den kleineren Leuten so ein bisschen helfen, ne? Ähm. Der X-Nerd macht das ja auch für YouTube, ne? Der kriegt ja schon genug Aufmerksamkeit. Also nicht böse gemeint, ne? Lieber X-Nerd. Ähm. Aber ich will mir hier so die kleineren so ein bisschen unterstützen. Die hier so, so ein bisschen so... Alte Sachen für Losungen. Hier, guck mal. Leiser macht aber auch. Der doppelte Geburtstag von Caitlin04. Das gucken wir uns an. Der doppelte Geburtstag von Caitlin04. Wenn du so weitermachst, ist Luke bald dein. Aber was ist, wenn er mich gar nicht liebt? Ich denke nicht. Triss mag dich se... Steht keiner... Äh, was? Triss mag dich se... Steht keiner weg. Es stimmt ja auch, aber... Aber was? Wie sind die bei dir hantelnpumpt, ey? Okay, okay. Du hast ja recht. Luke ist schon bald mein. Ja, so gefällst du mir. Wow. Okay, passiert noch mal was? Hallo, hatten sie keinen Besuch? Ach, die sind schon weg. Oh, was hat sie... Sie trinkt Kaffee? Was macht ihr? Okay, sie werden jetzt entlassen. Bitte folgen sie mir. Ah, ist wohl beim Arzt. Oh, da war ich vorhin noch auf dem Klo. Selfies mit einem Tisch. Monika! Was gibt's? War voll aufwendig. Entlassung für Luke Mill, bitte. Ach so, das ist ein Schreibtisch. Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Er kann ja schon mal gehen. Nein, er muss noch unterschreiben. Okay, ciao. Runback ist er. Da hinten steht er doch noch. Er stalkt euch. Warum macht der Salz aus? Ach, das ist ein Dad. Dad! Ja, mein Sohn. Worauf wusstest du, dass ich entlassen werde? Er ist ganz eingeschüchtert. Von Lara und Luna. Wer zu Ende sind Lara und Luna? Ah! Okay, geil, geil. Jetzt komm ins Taxi. Wieso fährt sein Dad Taxi? Vielleicht ist er Taxifahrer. Oho. Es gibt Coins für mich. Okay, das war wirklich sehr inspirierend. Das war wirklich sehr inspirierend. Ja, auf jeden Fall der Hammer. Der Hammer. Leute, das war richtig gut. Caitlin 04. Mega. Einfach mega. Okay, wie viele Filme muss ich noch gucken? Zwei noch. Drei noch. Oh mein Gott, drei noch. Äh, ähm. Guck mal, welche werden hier denn wenig geguckt? Ich muss mal schauen, welche wenig Aufrufe haben hier. Ja, 25. 20, 24, Famehilfe 19, 23. Das ist schon ganz interessant. Von Cool Geilo. Okay, Schoko KF. Okay, was heißt denn KF? Cool Geilo präsentiert. Schoko KF. Okay. Sie dancen. Es gibt Coins. Ja. Das war sehr krass. Sehr krass. So. Er wusste auch nicht, was er schreiben soll. Macht mal so Häkchen rein. So. Ich sollte sie vielleicht einfach besser bewerten, oder? Leute, ich gucke mal, was es da noch so für Filme gibt. 22 Aufruf von Franz. Ich liebe dich. Famehilfe. Die gibt immer Famehilfe. Was ist denn das alles? Heißt das nur, dass sie die Videos macht, um mehr Fame zu bekommen, oder was? Erklärt mir das mal bitte in den... Hier, von Joe. Guck mal. Vor Amadas Tod. Oh mein Gott, das wird dramatisch. Joe 1, 1, 3 präsentiert. Vor Amadas Tod. Oh nein. Sie fallen auf den Boden. Das ist eine Minute zwölf lang. Krass. Oh. Amanda. Oh. Scheiße. Er läuft runter. Er ist ganz entsetzt. Was ist mit Amanda? Wo läuft er hin? Du musst mit ihm reden. Frag sie um Hilfe. Was ist los? Was ist los? Ja, was ist los? Was ist los? Ja, was ist los? Was ist los? Amanda ist tot. Das ist los. Stille. Dramatische Musik. Nein. Warum musste sie sterben? Cry. Und alle traurig. Und alle traurig. Ja. Warum? Ich weiß, dass es kurz war. Also, ich mach bitte Kommi und fünf. Was? Und fünf Sterne. Ich will auch mal 2000 SC haben. Nö. So nicht. Nein. Ich mach nicht fünf Sterne. Sie kriegt keine 2000 SC, wenn sie darum battelt. Sonst hätte ich es ihr gegeben. Aber. Was ist los? Was ist los? Okay, lol. Deleted User. Ah, ja. Was ist... Was ist nur los? Was ist nur los? Was heißt denn KF? Da war doch auch noch gerade was mit 20. Liebe auf Abwägen 2 von Lusiana. Na komm. Hauen wir mal rein, oder? Komm, wir gucken jetzt hier einfach nur Filme die ganze Zeit. Lusiana 90 präsentiert Liebe auf Abwägen 2. Schon wieder dieselbe Musik. Du kannst mich doch nicht verlassen. Sorry. Ja, aber ich liebe dich nicht mehr. Was ist denn da los? Ah, keine Ahnung. Na gut. Dann tschüss. Ah. Jenny, warte. Warum hat der so ein Sabber-Ding da am Kippen? Ich glaube, sie ist sauer. Ja. Ähm. Wollen wir auch nach Hause gehen? Ja. Achso. Ja. Jetzt gehen sie alle nach Hause. Oh mein Gott, es ist ihr Zuhause. Es ist wunderschön. Ich frage mich, was mit Jenny los war. Klopf, klopf. Herein. Oh mein Gott. Er ist es. Jason. Was machst du denn hier? Ich wollte fragen, ob... Naja, also... Ja. Ich wollte dir sagen, dass ich schliebe. Was? Aber du bist auch mit Jenny zusammen. Nein, also nicht mehr. Ich habe wegen dir Schluss gemacht. Und ich wollte fragen, ob wir zusammen sein wollen. Oh, jetzt? Eine Stunde danach? Ich? Oh Gott, Star Coins. Oh, sie weiß nicht. Sie weiß nicht. Ist aber ganz schön dreist von ihm, dass er hier kurz, nachdem er gerade Schluss gemacht hat, schon zur nächsten Rente. Das ist sehr pietätslos. Sowas macht man nicht. Nein, das ist nicht... Das ist sowas macht man nicht. Hashtag Drama. So, okay. Alles klar. Annehmen. Krass, 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 krass. So, wie mache ich jetzt Filme? So, wir müssen jetzt auch Filme machen. Lesen wir nochmal schnell ein paar Nachrichten. Komm, hier. Da kann ich einen neuen Film machen, oder? Warum ist das hier jetzt grau hinterlegt? Ah ja. Nee, das machen wir in der nächsten... Wir machen... Wir lesen... Oh, guck mal. Alter, gibt es verschiedene Szenen dann, oder was? Ah, wie kann ich hier den Hintergrund ändern? Nee, warte mal. Moment, 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 Moment. So, Stadt. Rooftop. Okay. Okay, okay. Nee, wir machen das beim nächsten Mal. Nein. Wir machen das beim nächsten Mal. Ich lese schnell nochmal ein bisschen Post vor. Und in der nächsten Folge... Ähm, da werden wir dann... Guck mal, wie lang das her ist, Mann. Alter, ist das krass. Was schreibt sie? Bitte. Ah, das wäre nett, wenn du meine FA nehmen würdest. Ja, ich glaube, ich habe jeden... Hey, Peggy, ich muss sagen, meine Videos sind einfach der Hammer. Du bist ja deiner der Besten. Ich bin einer deiner größten Fans. Du bist einfach lustig und cool. Übrigens geiles Outfit-YouTuber. Natürlich. Dankeschön. Peggy? OMG, hey, Peggy. Ja, Millie. Millie. Ja, ich bin's, Millie. Alles cool. Na, Peggy, was geht? Ich finde, du bist einer der besten YouTuber, das es überhaupt gibt. Übrigens bin ich einer deiner größten Fans. Du machst tolle Videos. Bleibst du, wie du bist. Cooles Outfit, Peggy. Dein Outfit ist genauso cool wie du. Hau rein. Dankeschön, Melina. Das ist echt mega süß von dir. Kannst du meine FA nehmen? Peggy, du bist fancy. Ja, das bin ich. Ich habe doch alle FAs angenommen, die ich hatte. Peggy, was geht so ab bei dir? Haha, sorry, falls du die Nachricht im Video beantwortest. Abonniert alle Peggy oder kommt gleich zu euch und, äh, oder ich komme gleich zu euch und, Peggy, nehme ich gleich mit und dann gibt es eine Kuchenschlacht. Haha. Ja, dann gibt es eine Kuchenschlacht. Hey, Peggy, danke, dass du in der Saison meine FA angenommen hast. Wegen Dani. Pies, ich hatte gestern Geburtstag. 26.10. Guck mal, heute ist der 9.11. Jetzt war es der beste Geburtstag ever. Du machst super tolle Videos. Achso, und kannst du vielleicht mit Dead by Daylight spielen? Achso. Ich heiße auf SSO Christiana und heiße Shortwater. Christiana, äh, Christina Shortwater. Aha, du bist das. Christina, ja, hi. Äh, Dead by Daylight? Ja, 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 kann schon sein, dass da mal was kommt. Und alles Gute nachträglich, natürlich. Hey, ich gucke jeden Tag deine Videos. Sie sind so mega cool und lustig. Ich spiele übrigens auf SSO, bin aber auf Server 1. Du ja auf 2. Ei, schade, dass du Mannschaftsfreunde nicht annehmen kannst, weil du zu viele Freunde hast. Mach weiter so mit YouTube. Bist der Beste. Hey, Pecky, ich gucke deine Videos so mega gerne. Sie sind einfach der Hammer. Ich spiele übrigens auch erst so. Ja, gut, hast du schon geschrieben. Elli? Dankeschön. Ist voll lieb von dir. Oh Mann, ihr habt so viele tolle Briefe geschrieben. Ey, da komme ich ja gar nicht mehr hinterher mit dem Lesen. Mann, ey. Ihr seid so cool einfach. Ich feiere deine MSP-Videos. Bleib so wie du bist. Bad Star. Natürlich. Dankeschön. Pecky, hab eine Frage. Ja, Anna, dann frag doch einfach. Ganz viele geile Autogramme von Psycho Joker. Danke dir. Genau, alles schon online. Dankeschön, Love Cats. Hab gerade ein Video gesehen, wo du dich so gefreut hast, wie mit dem ganzen Getanz und AGs. Ich freue mich voll selber voll. Ja, dankeschön, Jesse YouTube Fass. Ich bin 8. Cool. Habt ihr doch ein Video? Ah, okay, cool. Pecky, kennst du mich noch aus SSO? Ich bin 8. Also bin ich so. Was? Sie ist 8. Ich kenne dich mit Sicherheit aus SSO. Ich weiß noch nicht, wie du da heißt. Ah, Wunschlistengeschenk. Genau, das habe ich ja auch gehört. Juli SSO. Candy Girl. Du bist das also. Hi. Hey, schreibt da der OG. Dankeschön für die Autogramme. Zoe ist mega lieb. Du bist der beste, Pecky. Dankeschön. Hallo, Pecky. Wie geht's dir? Hoffe, du hast weiterhin Spaß auf MSP. Ah, natürlich. Just a girl. Hannah, Dankeschön fürs Autogramm. Oh Mann, das ist viel. Geiler Style. Schreib mir doch mal, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin jeden Tag erreichbar, außer wenn ich in der Schule bin, aber würde gerne eine FA haben. Ja, das mit der FA. Ich weiß nicht, ob ich dir dann Leute anfragen kann. Aber wir sind schon befreundet, oder? 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 Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Danke für die Autogramme, Sveni. Okay, das sind lauter so beantwortet. Kannst du mir FA schicken? Lonely Kid? Ähm, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ihr habt mir doch die ganzen FA geschickt, oder? Hm. Oh, sorry. Oh Mann. Ah ja, dann muss ich den Leuten so Freundschaftsanfragen schicken, oder was? Oh, blöder, blöder Niesen, ey. Es tut mir so leid. Machst du mal einen MSP-Livestream? Mache ich natürlich. Mache ich natürlich. Und jetzt in der nächsten Folge machen wir erstmal Videos, oder? Ich würde sagen, bis gleich.